Im heutigen Video schauen wir uns mal ein sehr spannendes System an, um den 3D-Drucker zu automatisieren. Gerade in den letzten Jahren gab es in dem Bereich einige neue Ansätze, wie Roboterarme vor dem Drucker oder Fließbandsysteme, doch die Firma Urban Maker hat mit ihrem Dropbox-System nochmal ein ganz anderes Konzept auf den Markt gebracht. Konkret handelt es sich um einen Druckplattenwechsler, der ohne zusätzliche Elektronik auskommt und lediglich über die Bewegung des Druckbettes realisiert wird. So können bis zu 8 Druckaufträge vollautomatisch nacheinander ausgeführt werden, ohne dass man den Drucker zwischendurch bedienen muss. Doch fangen wir ganz von vorne an. Der Dropbox wurde Ende 2020 als ein Automatisierungsupgrade für den Prusa i3 MK3S vorgestellt und ist jetzt, nach einer erfolgreichen Finanzierung, in deren Online-Shop verfügbar. Außerdem hat das Team hinter Dropbox mittlerweile eine Version für die Karibu 3D-Drucker entwickelt. Beide Systeme wurden mir freundlicherweise durch Dropbox kostenlos zur Verfügung gestellt, was auf die Aussagen in diesem Video jedoch keinen Einfluss hat. Dennoch blende ich aus Sicherheitsgründen oben in der Ecke Werbung ein. Der Dropbox für Prusa i3 MK3S bzw. MK3S Plus kommt vollständig mit gedruckten Teilen in eine Art Kit, welches sehr schnell und einfach zusammengebaut ist. Die Einzelteile haben hohe Qualität und man hat hier an sehr viele Details gedacht, wie zum Beispiel die Beschriftung der Aluprofile hier. Es gibt neben der klassischen Anleitung auf Papier außerdem eine App, mit der sich das System AR-gestützt aufbauen lässt. Die Version für Karibu MK3S bzw. Duet kommt direkt zusammengebaut. In beiden Fällen schraubt man dann das Display mittels Adapter an die Seite, befestigt diese silberne Unterlage auf dem Druckbett und montiert das Magazin hinten und diesen Auswurfmechanismus vorne am Drucker. Beim Prusa werden sie unter die Füße gesteckt, beim Karibu an die Profile des Rabens geschraubt. Für die Sheets hat man dann zwei Optionen. Entweder man kauft sie direkt von Dropbox in der glatten oder pulverbeschichteten Ausführung oder man benutzt die Retrofit Adapter, um die originalen Prusa-Sheets weiterzuverwenden. Wichtig ist nur, dass man die Sheets untereinander nicht mischt, da der Set-Offset ja konstant bleibt. Nachdem der Aufbau innerhalb von ca. 20 Minuten abgeschlossen ist, gibt es für den Prusa noch seinen Test-G-Code, mit dem sich überprüfen lässt, ob alles richtig ausgerichtet ist. Weitere Anleitungen zur Fehlerbehebung dann auf der Webseite. Bei mir lief jedoch alles auf Anhieb ohne Probleme und man kann gleich mit dem Drucken loslegen. Dafür bietet Dropbox so ein Skript an, mit dem sich mehrere G-Code-Files zu einer Datei verbinden lassen. Außerdem gibt es Slicer-Profile mit angepasstem Druckvolumen und Start- bzw. End-G-Code. Man verliert nämlich ca. 2 cm an möglicher Drucklänge in Y-Richtung, da das Wechsel in der Sheets eben genau über diese Bewegung stattfindet. Und wie das im Detail funktioniert, schauen wir uns jetzt mal an. Zunächst lädt der Drucker ein Sheet, indem er es mit dieser ersten Rille in der Druckbettauflage einhakt und so weit vorzieht, bis es im Magazin und eine kleine Aussparung fällt. Dann fällt das Bett wieder zurück, das Sheet hakt sich in die zweite Rille ein und durch erneutes Vorfahren fällt das Sheet wieder in einen kleinen Schacht und es kann durch erneutes Zurückfahren endgültig geladen werden. Wenn wir dann etwas gedruckt haben, wird das Sheet mit Hilfe dieser Magnetklappe und dem Haken wieder vom Druckbett gezogen und erneut in mehreren Schritten entladen. Dann können die Sheets entweder wie hier bei meinem Karibu in eine gepolsterte Kiste fallen oder auch einfach auf einem langen Tisch nach vorne gestoßen werden, so wie hier. Dafür lassen sich 2020 alle Profile an der Rampe befestigen. Da ich aber keine da hatte, wurde ich etwas kreativ und habe bemerkt, dass leere Filamentspulen genau die richtige Höhe haben. Daher habe ich mir ein paar vom Stapel genommen und so als eine Rampe ausgelegt und das hat tatsächlich gut funktioniert. Wie man bis jetzt vermutlich schon gesehen hat, habe ich bereits einiges mit dem System getroffen. Der Wechsel der Platten funktioniert so zuverlässig wie der Drucker selbst, was bei Brusa bzw. Karibu sehr gut ist. Dennoch wollte ich einmal überprüfen, ob sich das System überhaupt lohnt. Natürlich hängt das jetzt stark vom jeweiligen Anwendungsbereich ab, aber ich habe mir mal ein Beispiel gesucht, das sowohl für Hobby- als auch professionelle Anwender nachvollziehbar sein dürfte. Für mein Gridfinity-System musste ich einige dieser Basisplatten drucken. Davon bekomme ich nur eine aufs Druckbett, egal wie ich das hier rotiere und verschiebe. Der Druck einer solchen Platte dauert eine Stunde und 58 Minuten. Auf der einen Seite steht mein klassischer Karibu MK3S. Hier werden alle Drucke von Hand gestartet. Auf der anderen Seite der Poser mit Dropbox. Hier habe ich einen G-Code erstellt, der acht dieser Basisplatten automatisch druckt. Nehmen wir jetzt mal an, die Produktion findet in einer kleinen Firma statt und die Basisplatten sind Produkte, die verkauft werden. Dann können auf dem Karibu bei effizienter Nutzung fünf Basisplatten in 24 Stunden gedruckt werden, wenn man von einem achtstündigen Arbeitstag ausgeht. Dabei wird jedoch schon davon ausgegangen, dass der Drucker maximal ein bis zwei Minuten still steht. Im Grunde müsste der Drucker also permanent bewacht werden oder immer mit Timern gearbeitet werden. Mit dem Dropbox-System lassen sich ganze zwölf Platten in dieser Zeit herstellen. Dafür liegen acht Schieds im Magazin. Nach acht Stunden hat der Drucker vier Bauteile gedruckt. Diese können dann kurz vor Feierabend abgenommen werden. Das Magazin wird wieder voll aufgefüllt. Dann können über Nacht weitere acht Basisplatten gedruckt werden. Und am nächsten Morgen haben wir vier plus acht, also zwölf Teile. Zugegeben, das war jetzt ein etwas extremeres Beispiel. Umso länger die einzelnen Druckaufträge dauern, umso weniger, in Anführungszeichen, rentiert sich auch das System. Was man jedoch dennoch nicht vernachlässigen sollte, ist die gesparte Zeit. Ich merke schon, wenn ich viele Teile für private Projekte drucken möchte, dass es ganz schön zeitintensiv sein kann, immer nach den Druckern zu schauen und diese manuell neu zu starten. Dafür brauche ich zwar nur circa eine Minute, was sich jedoch bei schon fünf Druckern mit je sechs Drucken pro Tag zu einer halben Stunde zusammenrechnet. Außerdem verliert man so schnell den Fokus der eigentlichen Arbeit. Da jedoch das System und vor allem die Sheets nicht ganz günstig sind, würde ich euch empfehlen, einfach mal auszurechnen, wie lange ein Druckauftrag durchschnittlich dauert. Wenn ihr zum Beispiel große Teile druckt, die sieben bis neun Stunden dauern, reichen euch drei Sheets pro Drucker, um 24 Stunden lang automatisiert zu drucken. Das wichtigste ist ja meistens, auch die Nacht mitzunehmen, damit der Drucker möglichst wenig, am besten Fall gar nicht, still steht. Falls ihr noch Fragen zur Jobbox habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Vergesst außerdem nicht, den Kanal zu abonnieren, um keins der wöchentlichen Videos zu 3D-Druck zu verpassen. Vergesst außerdem nicht, den Kanal zu abonnieren, um das Video zu abonnieren, um das Video zu abonnieren, um das Video zu abonnieren.